Hallo meine lieben Freunde, jetzt beginnt ein neuer Gymnext 6 Topmodel. Ich hab zwar ein bisschen zu nüpfen, aber das ist jetzt egal. Den Models werden viele und aufregende Fotoshootings erleben. Los geht's, das erste läuft schon. Und wie war ich? Ich fand dich eigentlich sehr gut. Du hast vielleicht etwas funkige Haare, aber das macht ja nix. Vielleicht sollten wir die vielleicht etwas umfärben oder so. Ja, und von mir gibt's ein Ja. Du hast so etwas funkige Haare, aber ja, du bist ja gut gelaufen. Wir können die auch auffärben und von mir gibt's auch ein Ja. Na, das freut mich doch sehr. Danke, tschüss. Eine etwas komische Stimme hat sich schon, aber naja. Komm, nächster. Au. Jo, und wie war ich? Ich hab nicht das Gefühl, dass man Model-Zeugs aus dir rausbekommt, weil deine Frisur ist auch nicht schön und es tut mir wirklich leid, aber für mich gibt's jetzt nein. Nein, es ist das Hinfallen, ach, also nee. Für mich ist es leider auch so. Ich finde einfach, nee. Und ja, also auch leider nein. Zweimal nein. Du bist leider nicht drin. Okay, ich hab's wenigstens versucht. Auf Wiedersehen. Du bist 1,80 Meter groß und 19 Jahre alt. Also, und du hast einen perfekten Walk und einfach alles perfekt. Also, du bist weiter. Ah, danke schön. Danke. Vielen lieben Dank. Perfekter Walk. Du bist weiter. Ah, endlich kann ich mal nach vorne, liebe Worte. Danke sehr. Tschüssi. Super gemacht. Du bist weiter. Ach, das wusste ich doch gleich. Zweimal ja. Du bist weiter. Ach, viel, viel lieben Dank. Wir würden dich gerne in der nächsten Runde sehen. Ach, danke. Viel, viel lieben Dank. Zweimal ja. Das bedeutet, du bist weiter. Ach, danke. Frankie, dich würden wir gerne in der nächsten Runde sehen. Ach, danke. Das ist doch voll der Hammer. Ich glaube, ihr wundert euch, wo Claudine ist. Und...